Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben heute ein interessantes Gleichungssystem bestehend aus zwei quadratischen Gleichungen und a ist nicht gleich b. Diese Bedienung muss erfüllt werden. Alle Mathematik-Liebhaber können jetzt das Video auf Stopp drücken und versuchen selbst dieses Gleichungssystem zu lösen. Und ich beginne jetzt. Das erste was ich mache. Ich schreibe beide Gleichungen nochmals ab. Jetzt noch die zweite. Und ich werde jetzt die zweite Gleichung von den ersten subtrahieren. Also unterstreiche ich schreibe ich Minus dazu. Und jetzt schreibe ich das was ich bekommen habe. a² minus b². Dann hier haben wir minus b und minus und minus ergibt plus. Und auf der anderen Seite 0. Weil 73 minus 73 gleich 0. Wir sehen hier a² minus b² kann ich die dritte binomische Formel anwenden. Also schreibe ich jetzt als a minus b mal a plus b in Klammern. Und hier vertausche ich die Plätze, so dass a vorne steht und minus b hinten. Ich schreibe noch die Klammern dazu. Und jetzt sehe ich, dass ich a minus b ausklammern kann. Es bleibt dann a plus b und hier bleibt 1 gleich 0. Wann ist diese Gleichung gleich 0? Wenn der erste Faktor oder der zweite Faktor gleich 0 ist. Ich schreibe mir zuerst a minus b, der erste Faktor gleich 0 und schaue diese Gleichung an, bringe b auf die andere Seite, indem ich plus b rechne und habe bekomme a plus b, sehe aber, dass in meiner Bedienung das nicht erlaubt ist. Also dieser Fall fällt schon mal weg. Jetzt nehme ich den zweiten Faktor, setze gleich 0 und schreibe noch dazu die erste Gleichung ab. a Quadrat minus b gleich 73. Und ich subtrahiere jetzt die beiden Gleichungen. a plus a Quadrat plus b minus b plus 1 gleich 73. Ich sehe hier plus b und minus b sind insgesamt gleich 0 und ich habe jetzt eine quadratische Gleichung bekommen mit einer Variablen. Ich ordne jetzt ein bisschen, dass a Quadrat nach vorne kommt. Jetzt ziehe ich von beiden Seiten 73 ab. a Quadrat plus a minus 72 gleich 0. Ich löse diese quadratische Gleichung mit der pQ-Formel. a 1 oder 2 gleich p ist 1, also minus b halbe ist minus 0,5 plus minus 0,5 zu Quadrat 0,25 und minus q, also plus 72. Jetzt berechne ich unter der Wurzel und sehe die Wurzel minus 0,5 plus minus und hier habe ich 8,5. Also kann ich a 1 berechnen. zuerst rechne ich mit minus, das ist minus 9 und a 2 mit plus, Ergebnis ist 8. Jetzt setze ich a 1 in diese erste Gleichung. Minus 9 zu Quadrat, 81 minus b gleich 73. Daraus folgt, dass b gleich 8 ist. Jetzt setze ich a 2, also 8, wieder in diese Gleichung. Wie man sieht, ich habe hier zwei Pärchen bekommen und jetzt werde ich die Lösungsmenü aufschreiben. Sie besteht aus dem ersten Paar, minus 9, 8 und dem zweiten Paar, 8, minus 9. Falls ihr diese Aufgabe gelöst habt, schreibt in den Kommentaren euren Lösungsweg und eure Ergebnisse. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Gerne idag, bis zum nächsten Mal. DannBeine ótМon! Vielen Dank.